Alle meine Schwestern sind unglücklich und ich möchte nicht auch noch so einen Narren heiraten müssen. Es gibt wirklich noch jemanden, der mit mir sprechen will. Ich weiß, was ich über dich höre. Aber ich möchte dir sagen, dass es mir wirklich leid tut. Du bist doch genauso wie alle anderen hier. Du willst doch auch nur wissen, wie es ist, mit einem Bürgerlichen zu schlafen. Kind! Sophie, komm! Vielleicht geschieht sie, wenn sie verbreitet. Das Gebirg auf Litschern. Okay. Bauernbälger haben sie euch genannt. Aber als die Sissi den Franz Josef geheiratet hat, da ist ihnen das Lachen vergangen. Und du wirst es ihnen jetzt auch noch zeigen, mein Schatz. Musik Ich befehle, dass er von hier fortgejagt wird, bevor noch ein Unfall geschieht. Nein, es geht uns nennens. Nein, es geht uns nennens.